Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finnax. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Starttrade beträgt hier 2000 Euro. Zunächst suche ich mir einen Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Cut Schweizer Franken sieht ganz gut aus. Aber in diesem Bewerbungsplan haben wir keine 60 Sekunden zur Verfügung. Schweizer Franken, Japanisch Yen. Euro Out steige ich ein. Und gleich nochmal. Ich sehe gerade, dass ich 5 Minuten rein eingestiegen bin aus Versehen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Aktuell sind beide Trades deutlich im Gewinn. Sollte er nochmal deutlich sinken, gehe ich nochmal rein. Aber aktuell ist das nicht nötig. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades. Meistens ist Freitags nicht mehr so viel los. Noch 4 Minuten. Überleます ролben. Ich sehe gerade, dass ich den St iku noch nicht nur ... überlemesi auf die Erfurtcoatel auch. Zbagü noble wird immer noch associations prüggen. Bistens sind die Iis- und ich höre. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch zwei Minuten, aber da sollte eigentlich nichts mehr schief laufen, denn der Markt ist relativ ruhig, relativ wenig Bewegung. Vielen Dank. Vielen Dank. Die letzte Minute läuft. Okay. 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 perfekt gelaufen beide trades mehr als deutlich gewonnen besser geht es nicht ich wünsche allen ein schönes wochenende bis zum nächsten video adios